Moin, was geht, Exo hier. Sledgehammer Games hat sich der Kritik und den Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf Modern Warfare 3 gestellt. In einem Live-Reddit konnten alle Benutzer auf der Plattform Sledgehammer Games Fragen stellen. Also nicht nur Creator, sondern ganz normale Benutzer. Und Sledgehammer Games hat natürlich zügig drauf geantwortet. Schauen wir uns das heute mal an. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Zeit habt, dann auch einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und let's go! Ja, Sledgehammer Games performt dieses Jahr wirklich außerordentlich gut. Wo die Leaks zu MW3 damals rausgekommen sind, so ungefähr vor 8 Monaten, war ich ja schon so auf der Seite und hab gesagt, sie haben auf der einen Seite die Sache von Infinity Ward. Dass Infinity Ward aufs Feedback geschissen hat und alles ignoriert hat. Auf der anderen Seite haben sie das ganze Community-Feedback. Und daraus ergibt sich eine rote Linie, die sie nur noch folgen müssen, um den maximalen Erfolg für MW3 rauszuholen. Und für Sledgehammer Games ist MW3 wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil Sledgehammer Games nun mal, ich sag mal, jetzt nicht an oberster Stelle von den Entwicklern steht. Das ist ja im Prinzip ganz oben Infinity Ward und Treyarch. Und die da drunter, Sledgehammer Games und Raven Software, sind ja eher so die Leute, die so ein bisschen auspolieren, auch mal selbst was machen dürfen. Aber dieses Mal ist der ganze Spotlight auf Sledgehammer Games und da müssen sie sich natürlich beweisen. Und das ziehen sie meiner Meinung nach außerordentlich gut durch dieses Jahr. Zum Beispiel haben sie nach der Beta gar nicht nach Feedback gefragt. Und wisst ihr warum? Weil sie es auch so auf dem Schirm hatten. Die Leute haben schon Videos gemacht, hey, es ändert sich nix, sie fragen überhaupt nicht nach Feedback oder sonstiges. Sledgehammer Games hatte alles auf dem Schirm und hat fast alles umgesetzt, was ich persönlich bemängelt habe. Das einzige, was immer noch offen steht, ist diese Lebensregeneration. Die ist einfach immer noch viel zu langsam. Aber das ist wirklich ein Kritikpunkt. Und bei MW2 waren es tausende Kritikpunkte. Und im Laufe letzter Woche hat Sledgehammer Games angekündigt, ein Reddit zu eröffnen, wo alle Fragen stellen konnten zu Modern Warfare 3, Verbesserungsvorschläge äußern konnten oder aber auch Kritik. Und ja, hm, was meint ihr, wo das wohl hingeführt ist? Naja, dass alle gefragt haben, was ist mit Skill-Based Matchmaking? Kommt das jetzt endlich raus? Wie sieht es damit aus? Könnte das sich ein bisschen verringern? Könnte da nicht eine Playlist ohne machen? Eine Playlist mit? Wie sieht das aus? Bla, bla, bla. Und Sledgehammer Games hat natürlich, wie vorgeschrieben von Activision, da können sie selbst nichts für, auf nichts dergleichen geantwortet. Kein Kommentar, kein Smiley, gar nichts. Das wurde alles komplett wegignoriert. Obwohl der Reddit voll geflutet war damit. Bestimmt, ich würde mal schätzen, 98% war SBMM da drinne, 2% waren andere Themen, die sie beantworten konnten. Nur falls wieder irgendwelche Leute kommen, ja, Sledgehammer Games ändert das SBMM aber nicht. Ja, sie dürfen es auch nicht. Das ist von Activision so vorgeschrieben, weil sie da Kohle von Millionen reingesteckt haben. Leider Gottes ist es so. Aber Sledgehammer Games hat auf sehr, sehr viele Punkte geantwortet. Unter anderem gehen wir das Ganze mal durch, weil es wurde auch letztens unter anderem mein Livestream gestürmt. Ah, Sledgehammer Games entfernt SBMM und so. Äh, nee, das ist was ganz anderes. Die Leute, die verstehen das immer falsch. Ich versuche euch das heute so detailliert und ausführlich wie möglich zu erklären. Sledgehammer Games wurde nämlich gefragt, wie es mit den Dispending-Lobbys aussieht. Dispending-Lobbys sind nämlich Lobbys, die sich nicht auflösen nach der Runde. Das kennt man noch aus den alten Call of Duties. In den neueren ist es immer so, durch das Skill-Based Matchmaking-System kommt nach jeder Runde eine neue Lobby-Suche, damit der direkt auch wieder Leute auf deinem Skill-Niveau finden kann. Wenn man diese nicht hätte, dann wäre es zum Beispiel der Fall, dass, ich sag mal, man erwischt aus Glück, trotz Skill-Based Matchmaking, eine Lobby, die sehr, sehr schlecht ist, die sehr, sehr schlechte Gegner hat. Und da möchte man natürlich nochmal gerne eine Runde spielen. Und deswegen ist das Auflösen der Lobby fundamental wichtig für SBMM. Ja, sie wurden danach befragt und Sledgehammer Games hat darauf geantwortet, dass sie es testen werden in dieser experimentellen Playlist. Wenn ihr das mal seht bei MW3, dann lest euch das mal durch, was da momentan getestet wird, weil, das kennen wir ja schon seit Jahren nicht mehr, dass erst was getestet wird, bevor es ins vollwertige Spiel kommt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn sie das testen mit den Dispending-Lobbys, dass ihr das spielt und auch mal gern Feedback da lässt. Auf jeden Fall, diese Dispending-Lobbys werden getestet. Und nehmen wir mal an, die kommen dann ins komplette Spiel rein. Die haben natürlich nicht zufolge, dass SBMM schlechter wird oder nicht weniger effizienter arbeiten kann oder sonstiges. Der Vorteil von diesen Dispending-Lobbys ist nur, dass sich eine Lobby nach der Runde nicht auflöst. Bedeutet, wie ich es eben schon erklärt habe, wenn ich jetzt eine Lobby habe, die wirklich sehr, sehr angenehm ist zu spielen, die entspannt ist zu zocken, dann bleibe ich natürlich drin. Das hat zur Folge, dass man annehmen könnte, dass das GBS-Matchmaking dann gebrochen wurde damit durch eine Umgehung. Nee, gar nicht. Es kann ja auch sein, dass die Leute, die rasiert wurden von euch, einfach aus der Lobby rausgehen und dann wieder Leute auf eurem Niveau reinkommen. Das ist keine sichere Methode, an gute Lobbys oder Ähnliches zu kommen. Das ist leider absoluter Schwachsinn. Dieses Dispending-Lobbys-System, das ist halt nur cool für Leute, die eine Revanc spielen möchten oder Ähnliches. Und Activision ist das natürlich ein Dorn im Auge, weil es kann ja auch sein, dass die schlechten Spieler nicht rausgehen, sondern einfach drin bleiben. Bis zum Geht nicht mehr. Vielleicht spielen die den ganzen Abend und sie merken es einfach nicht, dass sie als wandelnde Zielscheiben rumlaufen. Und deswegen hat Activision dann natürlich Angst vor, dass das GBS-Matchmaking-System dann nicht mehr so gut arbeiten kann, weil dann nicht nach jeder Runde das Ganze aufgelöst wird, sondern einfach so fortgeführt werden kann. Ich persönlich sehe diese ganze Sache so, dass ich mir das erstmal auf mich zukommen lasse. Und das ist definitiv kein Garant dafür, dass GBS-Matchmaking irgendwie einfacher wird oder Sonstiges. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ich habe euch das jetzt ausführlich erklärt, wie es in beide Richtungen schwingen kann, aber es ist definitiv nicht so, dass SBMM dadurch erträglicher wird oder Sonstiges. Man sollte sich das Ganze erstmal angucken und auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie schon, ich sag mal, eine Sektpulle und Shampoos aufmachen und denken, SBMM ist gebrochen oder so. Das ist natürlich nicht der Fall. Slashhammer Games wurde auch noch zu anderen Themen befragt. Ich habe mal die wichtigsten für euch herausgearbeitet. Da wäre an erster Stelle, dass der Groot-Skin genervt wird. Das ist dieser durchsichtige Baum-Skin. Den werden sie nerven, abändern. Das kann Call of Duty. Da könnt ihr nichts gegen machen. Das ist in der Klausel mit drin, dass die Skins jederzeit abändern können. Dann wurden sie noch befragt zum Kino-Modus und Slashhammer Games hat das leider verneint. Das werden wir in diesem Call of Duty ja nicht wieder sehen. Und da kam mir so die Frage, hatten wir jemals in einem Slashhammer Games Call of Duty einen Kino-Modus? Ich glaube nur in WW2. Da war ja dieses HQ, wo man hingehen konnte. Also ich persönlich nehme dann eher an, dass wir das jemals wieder in einem Black Ops-Teil sehen werden. Vielleicht schon nächstes Jahr. Das könnte ich mir vorstellen. Für Slashhammer Games ist dieser Ressourcenaufwand auf jeden Fall viel zu hoch. Ich persönlich sehe es aber aus der Sicht von Call of Duty als Fehler an, das nicht zu machen, weil dadurch könnte man ja eine ganz einfache Integration mit TikTok machen. Und dann hätte man ja im Handumdrehen ganz, ganz viele Call of Duty-Clips auf TikTok. Und das wäre doch perfektes Marketing für die. Aber naja, sollen sie machen. Und außerdem wurde noch die Playlist bekannt gegeben für die CDL. Und so kann man sich höchstwahrscheinlich auch auf die Ranked-Playlist einstellen, dass diese Maps da ungefähr so drin sein werden. Mal rotieren sie alle paar Wochen, paar Monate. Wenn mal eine Map ausgelutscht ist oder eine Map fehlerhaft ist, dann wird sie natürlich ausgetauscht. Aber da könnt ihr euch Ranked-technisch darauf einstellen, dass diese Karten auf jeden Fall gespielt werden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war es auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir werden in Zukunft auch noch, wenn ich die Interstellar fertig habe, noch einen kompletten Interstellar-Guide machen. Ich denke, der wird, ja, ein paar Minütchen länger. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.